Und go! Oh scheiße, das war ich zu schnell. Wie kann man denn zu schnell sein? Na, warte, ich hab leider noch mal in den Mund gehabt. Tut mir leid. Willkommen an Ohne vorgeworfen Scramboard. Oh, du versuchst da hin. Oh nein. Was? Oh Gott, was machst du denn jetzt? Das tut er nicht. Das tut er nicht. Scheiße! Das ist fucking verwegen! Was? Jaaaaah! Sühhh! Hallo, wie geht's euch? Wenn das hier reingeschnitten wird, dann schreibt mal alle. Tja! Ui. Ja, ich hab dir gleich in die Fresse. Das ist ne Collision, so. Das ist auch direkt so, das ist auch wieder gesilenced. Die absolute Stelle ist da jetzt passiert. Ey, man kann auf diese Drehdinger nicht mal drauf springen. Komm schon, schleudert mich einfach nach oben. So, Alter, macht man das mit Style? Oh, die gehen kaputt. Wow. Natürlich geht das nicht. Ich brauche natürlich... Also alle Würmer gekillt, die aktuell tot sind. Oh, das ist aber nett hier. Das ist aber nett. Eine Hellkiste neben einem Wurm. Ihr seid solche Gear-Lappen einfach. Ich hatte immer das Problem mit der Unterschied zwischen Katze und so ein Punkt ist halt gleich. Der auch tatsächlich zwischen Katze und Tut ist halt gleich. Gibt's keinen. Oh, das ist aber noch ein ganzes Stück. Nein, die Sachen, die in der Hand, die habe ich ja alles schon gemacht, die du da siehst. Ich will da zu dem Teleport... Und dann sprechen da ganz viele noch. Irgendwas ist komisch. Wir hängen ineinander. Nee. Was ist das für ein Ding? Es gibt einen Effekt. Exaggeration. Es gibt einen Effekt mal wieder. Ja, und der Effekt ist, dass ich mich random in irgendeine Richtung bewege. Ich sag mal... Jemand soll sich das angucken, oder? Oh, das heißt, du bist ja hier. Ich weiß nicht, wo hier ist gerade, weil ich... Wie gesagt, ich habe gerade dieses Kameraproblem. Ja, doch, die Schüsse höre ich da. Siehst mich auch. Ich sehe dich auch. Du stehst da an dieser grünen Tür. Ja. Das ist richtig. Du stehst hier auf dem Müll einfach und ich sehe dich nicht, weil du genauso aussiehst wie diese Mülltextur. What the fuck? Siehst du mich echt nicht? Als ob du hier auf dieser Mülltextur drauf bist. Ich stehe hier einfach komplett drauf. Noo! Oh mein Gott! Okay, ich dachte gerade... Oh, ich habe dich nicht gesehen. Ja, dann wechseln wir. Christian ist dran und ich verwandle mich zu einer Ratte. Da brauchst du dich nicht verwandeln. Tschüss! Tschüss! Christian, hast du ein weißes Hemd an? Nee, das ist ja nicht Hemd. Also... Ich würde es nicht als Hemd betiteln. Aber ich passe hier auch voll rein. Ich habe auch noch Ketchup auf meinem Hemd. Hat er sich um die Ecke versteckt, oder was? Wahrscheinlich, ja. Hast du das Geld schon gedroppt? Ja, aber es liegt ja da drin. Es ist da... In dem Dings piept es die ganze Zeit. Der untere Volt ist leer. Ach, jetzt aber. Junge, verzieh... Verzieh dich! Ich komme aus dem unteren Volt nicht raus. Hier steht ein NPC vor mir. Oh, geil. Ich blockiere einen gerade. Einen Feuerwehrmann. Am Arsch. Ich komme aus dem unteren Volt nicht mehr raus, Peter. Was mache ich denn jetzt? Ich kann ihn hier nicht abschießen. Master der Linguistik hier. Aha, eine Tour. Komm, komm, komm. Gib mir einen geilen Scheiß. Oh, was bist du denn? Das Taschenglas? Was kannst du denn? Das will ich jetzt eigentlich ausprobieren. Oh mein Gott. Geheimraumschlüssel wäre auch super. Ja, Schritte. Aber das will uns das Spiel irgendwie nicht gönnen, ne? No way! Zuppel hat Fischi gemacht! Da drin ist einer. Hab ich gesehen. Das ist Christian, oder? Das ist Christian. Ich bin ganz alleine. Ich bin bei dir, Sepp. Ich bin bei dir, Sepp. So ein Schwächster. Ich habe eine Katze überfahren. Katzenhass for the win. Ich finde jetzt auch Hunde cooler als Katzen, aber Katzenhass ist das jetzt heute nicht. Du müsstest jetzt auch niemanden direkt töten. Boom! Boop! Boop! Alter, wo kann der denn jetzt nicht? Ah, dann kann ja noch ein bisschen hier chillen, ne? Was? Was? Du noch ein bisschen chillen. Das stimmt. Oh, Sepp kommt jetzt. Oh nein. Sepp ist jetzt unten in der U-Bahn. Oh, jetzt muss ich aber schnell fahren. Wie geil das auf der Map aussieht, wie ihr halt die ganze Zeit übereinander seid und so. Okay, ich weiß auch noch nicht, was jetzt hier Phase ist, Jonathan. Oh nein, ich muss hier wieder rein in die U-Bahn. Oh, fuck me. Oh, ich bin in einen Kreis gefahren und habe ihn komplett gespricht. Was ist das denn für eine Scheiße? Geht's im Kreis? Ich dachte, ich krieg's schon safe. Oh Mann, oh. Da war er smarter. Was ist denn das für eine Scheiße? Da war smarter, als er ist. Das war ja einspannend. Er macht doch gar keinen Sinn. Da war smarter, als er ist. Jetzt fährt er wieder in diesen Otzen-Tunnel. Otzen-Tunnel, ich liebe dich. Und ran. Ah, angetäuscht. Oh, he's coming. Oh, oh. Ich muss hier wieder ganz schnell weg. Oh nein, oh nein. Oh, er ist wieder hingengeblieben. Ah, jetzt ist er wieder raus. Sepp will nicht mehr. Na, Sepp will auch wirklich nicht mehr. Oh, Bram, das wird schlecht. Oh mein Gott, da geht's ja gar nicht weiter. Oh, Moment mal. Nee. Ah. Ah, das ist nicht wahr. So, er ist schon vorbeigebreddert. Ich helfe dir mal, ne? Nice. Er hat einen insaneen Move gemacht. Ja, ich bin da drüber gesprungen. Jawohl. Ich bin in Hobotown gefangen. Hast du? Ja. Nice. 2,34. Oh, Alter. Alter, stark. Ja, krass. Damit war es auf jeden Fall der Fasteste. Weiß ich das? Ich habe keine Ahnung. Das war 2,57. Das ist ein ganz schön fast. Easy snack. Un café con Giacomo. Giacimo. Ladies and gentlemen, hallo und Herzen. Ich weiß gar nicht, wobei den Tieren immer die Herzen sitzen so. Zwischen der Brust. Schon immer, oder? Ja. Der ist ja im Vollsprint. Also, wie würde ich den Bären ins Herz schießen? Ja, ich versuche. Hochdrehen. Fanshot. Wann würde ich denn jetzt angegriffen? Das ist noch ein Bär. Peter, da läuft noch ein Bär. Ich bin voll im Spine. Was ist das? Was ist das? Was machst du denn? Ich habe den Bären getötet. Und dann hat er sich hier nur schlafen gelegt. Nee, das ist ein toter Bär. Der hat sich über 2 Schüsse in die Brust bekommen. Dann hat er sich erst mal schlafen gelegt, weil er so müde war. Kleinen Nepp. Aber wenn da vorne die Ziegen liegen, dann ist da dahinter bestimmt noch mehr. Ey, wir sind doch in den Bergen. Wo soll denn hier mehr sein? Boah, Alter, Vater, ey. Dieser, voll auf mich zu. Dann war voll daneben. War da ein Herzschuss? Mein Gott, Peter, wie oft hast du den gerade geschossen? Das macht man ja eigentlich, damit die Tiere nicht leiden. Ja, die sind auch, wie gesagt, schwierig zu treffen. Na, ist da noch ein Bison, was jemand nicht einkassiert hat? Ja. Aber jetzt macht er wieder den Omen. Da steht oben Brammen drücken. Das stimmt, der müsste ja stehen, wenn er den Licht hat. Wahrscheinlich Peter in seiner Rage. Muskel, Darm, Magen. Das war tatsächlich ich. Weil ich sag's wie jetzt, ne? Bei so einem legendären Busch, da kann ich nicht Nein sagen. Wisst ihr, wie ich das meine? Finde ich, ist nicht schlimm. Ähm, aber im Sinne von, also quasi der erste Schuss, der, der Busch federt das ein. Fach ab. Oh mein Gott. Gab's, gab's damals keinen Fallschaden? Also ich meine, es gab damals keinen richtigen Fallschaden. Hui. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Flucht! Oh mein Gott. Was haben wir denn hier? Oh, guck mal. Boah, Junge. Fuck you. Lol, er riftet. Der Lümmel. Ah! Du Motherfucker. Ich weiß genau, wo du da drin bist. Lol. Okay, der ist da nicht drin. Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass, ähm, jetzt die Rechte bei Winnie Pooh abgelaufen sind? Wie heißt nochmal dieses depressive Tier da? Ia. Ja, genau. Stimmt. Der Ia. Ia. Was ist das? Oh nein! Als wenn der nicht nach rechts zieht. Doch komm schon, Jay. Du kommst doch mit. Komm schon. Ja, komm hierhin. Komm zu mir. Komm nach unten, Jay. Oh, das ist aber lastig. Komm nach unten, Jay. Okay, davon los. Ich hab ein bisschen gehofft, dass der 135er mit nach unten gespült wird. Oh nein. Oh ja, okay. Das ist ein geiler Mut. So, dann wird es mit da hochgekommen. Was? Bei guter Lagerung in ungeöffnetem Zustand sind Speiseöle auch länger als ein Jahr haltbar. Ah. Wenn ein Öl zu lange steht, dann reduziert sich der Fettgehalt. Das ist ja mega. Das ist bei mir auch so. Wenn ich die ganze Zeit rumstehe und nix esse. Moment, da geht es natürlich noch weiter und dadurch ist dann anfälliger für Schimmel und Bakterien und das bezeichnet man als ranzig. Ja, das ist mir egal. Dann werde ich ein bisschen ranzig, dafür bin ich nicht so Fan. Das ist okay. Ob das jemand macht oder nicht. Dann eins. Man darf die weiße Linie berühren. Oh, das ist groß. Oh, das gibt die Feuer rein. What the fuck, Alter. Alter, Brammen. Das feiern. Jetzt geht's los. Jetzt werden wir so gepickt einfach. Alter. Nehmen wir. Mach doch mal jetzt einen kleinen Chippy. Bram, komm. Komm, Bram. Oh mein Gott, das ist okay. Er kommt noch mal wieder. Er kommt zurück. Schönen. Kommt zu. Bram. Stain. Mit Skill. Dack. Den nehm ich. Mist. Ja, ich seh's. Das ist ausgemacht. Der hat mich gekillt beim Geld am Haupteingang. Ja, scheiße. Warte. Da, du bist ein falsches Geist. Alles gut, alles gut. Ich denke, wir müssen das scheiß Geld hier. Ich seh das nicht. Komm, das Gift. Bram hat's. Du bringst das weg? Okay. Ja, ja, ja. Wie viel ist das noch? Und hier ist auch der Feuerwehrmann. Ja, das waren 37.000. Ne, die hatten die vorher schon, glaube ich. Ah, jetzt haben sie 95. Scheiße. Das ist glaube ich auch geil. Aber ich brauch das auch einfach ein bisschen schwerer. Abfahrt. Ja. Was machen wir denn jetzt hier? Ja, das ist doch alles dumm. Warte, was ist hier? Warte, was ist schlechtes Timer? Ja. Der schwingt schneller als... Das war schon... Das war schon... Das war schon ein... Alter. Das ist keine einfache Map diesmal. Das ist geil. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ja. Jawohl. Ich sehe es gut. Oh. LOL. Was? Ich hasse Golfit. Das ist ja ein Skandal. Ich hasse Golfit. Man darf da nicht zurück... Da fängt durch. Wait a minute. Man darf da nicht zurück. Ja, jetzt muss ich hier heaten, oder was? Was ist das für ein Hurensohn-Spiel? All in one. Ich denke mal, gut. Ich glaube, er ist auch disconnected gerade, oder? Ja, ich glaube auch. Ist einfach rausgeflogen. Mental einfach. Hey, ich bin immer ein Dritter. Ich habe eine Bronze-Medaille. Das ist richtig. Das ist immer stark. Ja, dann kriege ich... Dann ist... Dann kriege ich... Epic Gold Poop. Deine Mutter. Hast du geschossen? Nee. Also, ich bin bei dir... Boah, das war so knapp, dass er mich gesehen hat da. Ich stand unten in der Ecke und er hat mich nicht gesehen. Das war knapp. Wo ist das... Bei... 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 Ah, ganz knapp, ey. Am Ende und bei den Juwelen wachsen die Drohnen. Schöne Folge. Memes nicht meins. Schöne Folge. Ja, wo die Schulden schon da wohnen. Wo die Schönen schon wohnen, ja, richtig. Ja. Ich wünsche euch doch einen schönen Tag. Bis dahin. Hauen rein. Tschau. Tschüss. 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 Bye, bye. Hallo. Und manchmal musst du auch einfach Feierabend haben, ne? Tschüss. Tschüss. Tschüss.